Salbe Leidln Was hat er da gesagt? Salbe So wie dein Fan, der immer nur Salbe reinschreibt Na ja Der Salbe war schon lange nicht mehr da Na dann, Salbe einen Salbe Der Erfolgläscher Ah, der Erfolgläscher Salbe, verstehe Na der war immer die ersten 10 Minuten gleich da, hat Salbe geschrieben und nichts mehr Nichts mehr So Leidln, ihr seht's hier, Rückspiel Und zwar, wer gegen wen, wer auswärts, wer daheim Manchester City gegen Gladbach Und Gladbach stebt doch mit dem Rücken zur Wand Genau, die haben nämlich 1 zu viel daheim verloren Ähm Voll dagegen Manchester City steht vom Einzug in der Viertelfinale, aber Gmade Wiesen ist das noch nicht Und wie gut Und wie gut West City ist auch noch nie Im Achtelfinale ausgeschieden wenn sie aufgestiegen sind Aber Gladbach raucht noch nicht Entschuldigung Stimmt Sag niemals nie Na, aber ich glaube für Gladbach ist es schon ein Erfolg hier aufzusteigen Ja Das zweite Mal glaube ich Das erste Mal Ah das Hat meinen Witz gar nicht verstanden Nein, den habe ich überhört Bewusst Nein Nein, Gladbach erste Mal aufgestiegen Hier Ja und hoffentlich nicht das letzte Mal Aber sie sind wenigstens nicht abgestiegen Das war ja auch nicht immer so Da stellt sich mir natürlich eine Frage Wird Wiesler wiederkommen? Hoffentlich Hoffentlich Bist du dir noch nicht sicher oder was? Naja Geplant sind sie nicht als nächster Set Was? Ja Ja Spielt eigentlich gegen seinen Ex-Club oder? Hat es auch nicht mal Menschen zu sehen? Ich glaube Naja Geplant Geplant ist ja wer anderer Aber gibt man für die nächste Saison dann Für die Siebener Naja meine ich ja Da ist schon wer anderer geplant Achso Da ist da geplant eigentlich dieses Jahr aufsteigen jetzt sollen Ja Dann machst du mich noch mal gut Ja Gladbach versucht es gleich Mit vollem Schwung Naja muss man, muss man Vielleicht ein, zwei Feuer, Tore So nicht Nein 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 Boah Scheiß die machen dann, alter Bist du denn Alter Alter Kann doch sein schön mit Direktur übernommen eigentlich Aber genau in Torwart geschlossen, alter Eingeschossen Ja, weil der Reflex war gut, dass ich den so genommen hab Oh Natürlich bitte jetzt Das hätt schon Das hätt schon Wie viel Schwung sollen können, ja Das hätt schon Boah Boah Jetzt hat doch braucht jemand Vier Tore Und keine weiteren Ja, eins wird nicht stand, ich würde sagen, eine Verlängerung, also ins Ohl de Goal, oder? Ciao de Goal! Ooooooh! Aber dabei spielen wir nur Gladbach. Oh nein! Oh, schön! Ich werde mal Ruhe reinbringen. Und die Lücken abwarten. Ja, sch... Das geht's nicht schon! Alter! Boah, schöner Pass! Ja! Boah! Puh! Verdient wäre es nicht gewesen! Aber das Zulspiel war herrlich! Nichts! Ah Getter Ah Manchester City Die Laufrichtung des Gohli ist perfekt und Eck. Aber im ersten Spiel wurden auch eigentlich die Fehler bestraft. Was man gemacht hat. Die Laufrichtung des Gohli ist perfekt. 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 Und eine bittere gelb-rote Karte. Die Laufrichtung des Gohli ist perfekt. 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 Die Laufrichtung des Gohli ist perfekt des Gohli ist perfekt. Die Laufrichtung des Gohli ist perfekt. Ah, die Pässe kommen einfach nicht an. Nein, oh mein Gott, oh mein Gott. Oh, oh mein Gott. Alter, nicht einmal ... nein ... nein, nicht einmal das bringen sie rein. Echt war eine Fickzeug, scheidet's aus, scheidet's echt aus, Alter. Die Schussstatistik möchte ich dann sehen am Schluss. Nein. Ja, das habe ich mir verpasst. So, Doppelwechsel. Ja, sie haben sich gut geschlagen. Landbach in der ersten Zeit habe ich das Spiel verloren. Durch das Hinspiel haben sie auch verloren. Aber für das, dass sie rot haben, spielen sie noch gut mit. Einzigem Ankle ist hier die Chancenauswertung. Wenn wir das Ding gleich in der ersten Halbzeit gemacht hätten. Was ist das? 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 Wasuing mir war? Da war ein Wort. Ich w darf mich nicht ablettern. Ich wollte einmal Modic probieren von Stada, dann hat er nicht gut geglaubt. Und dann habe ich Johnson seit langem wieder mal drinnen. Alter! Du bist doch ein Dillo! Wirklich! Ja, 2.0! Sie sind wieder daheim! Ja, 2.0! Ja, 3.0! Ja, 3.0! Ja, 3.0! Ja, 3.0!